Impact ist unser mit moderner Technik neu interpretierter Breakout-Spiele-Klassiker zum Mitmachen. Sie können das Spiel auch ohne C++-Programmierkenntnisse erweitern, zum Beispiel um coole visuelle Effekte oder Levels. Den Code und weiterführende Infos bekommen Sie auf der Online-Entwicklungsplattform GitHub. Im dortigen Wiki steht zum Beispiel, wie Sie Impact unter Linux zum Laufen bekommen und eine FAQ widmet sich Lösungen zu Problemen mit Impact. Auf einer weiteren Seite finden Sie aktualisierte Informationen über den Level-Editor. Wenn Sie eigene Levels beisteuern, tragen wir sie auf einer eigens dafür eingerichteten Wiki-Seite ein. Auch den Installer für das Spiel bekommen Sie bei GitHub. Derzeit nur für Windows. Linux-Anwender müssen das Spiel noch selbst kompilieren. Ein Paket für Debian Linux ist aber in Vorbereitung. Die Sounds im Spiel haben wir übrigens mit dem kostenlosen Windows-Programm SFXR erzeugt. Sie können damit eigene Effekte generieren und den Impact einbinden. Programmierer sind herzlich dazu eingeladen, an der Fortentwicklung von Impact mitzuwirken. Aber auch Nicht-Programmierer können sich am Verändern des Codes versuchen. Dazu haben wir viele Stellen im Code mit einem Kommentar markiert, der beschreibt, welche physikalischen Eigenschaften Sie dort an eigene Vorstellungen anpassen können. Durch Drehen an Parametern wie der Schwerkraft machen Sie aus Level 1 einen neuen, der sich fast wie das Original-Breakout spielen lässt.